Guten Abend, meine Damen und Herren, dass Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Vortragsabend Demokratie am Abgrund. Danke nochmal für Ihre Geduld. Wir konnten selber nicht wissen, dass es so voll wird. Wir haben es gehofft. Deswegen hatten wir einfach etwas Verzögerung zu rechnen. Aber ich denke, es lohnt sich, am heutigen Abend Prof. Dr. Mausfeld zum Thema Demokratie zu hören. Mein Name ist Tobias Ruf, ich bin Landesvorsitzender der ÖDP und Fraktionschef im Münchner Rathaus. Wir haben zu dem Abend eingeladen, weil die Demokratie eine der tragenden Säulen unserer Partei ist. Die Ökologie und die Demokratie. Sie kennen uns vom zahlreichen Volksbegehren, Bürgerbegehren. Wir haben den Saar abgeschafft, den Nichtraucherschutz etabliert und wir haben rettet die Bienen, geschieden und gewonnen. Wir sind die Partei der direkten Demokratie. Wir wissen aber auch, dass zur Demokratie Transparenz gehören, Glaubwürdigkeit und eine Bevölkerung, die hinter ihm steht. Wir wissen, dass Eliten und Geld, wenn sie sich allzu sehr in die Demokratie einmischen, sie gefährden. Deswegen sind wir auch die Partei, die keine Spenden nimmt. Keine Spenden von juristischen Personen. Weder von Verbänden und noch 1 Verbände, die uns politisch nahestehen, noch von Unternehmen. Wir sind konzernspendenfrei. Auch deshalb freuen wir uns, dass es heute hier so voll ist, es ist für uns eine sehr, sehr große finanzielle Anstrengung, so einen Abend zu gestalten. Und weil die Demokratie für uns so ein zentrales Thema ist, sind wir tief besorgt. Tief besorgt über den Zustand unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates. Mit jeder Krise, und es sind viele, die Finanzkrise, Migrationskrise, Corona, Krieg und so weiter. Mit jeder Krise bröckelt die Demokratie etwas mehr. Mit jeder Krise wird der Debattenraum enger und mit jeder Krise verabschieden sich mehr Menschen von unserem Staat, von unserer Regierung. Noch nie seit den Erhebungen haben so viele Menschen das Gefühl gehabt, sie können ihre Meinung nicht mehr frei äußern. Noch nie haben so viele Menschen Angst gehabt, in eine Debatte zu gehen. Und die Gegenbewegung gibt es. Wir merken, dass an den extremen Rändern Zulauf ist. Wir merken, dass sich viele, viele Menschen ins Private zurückziehen. Und wir merken, dass Mythen Konjunktur haben. Mythen über das, was alles im Staat schief läuft. Und deswegen ist es uns so wichtig, einen Debattenbeitrag zu öffnen. Eine Debatte über die Demokratie, über die Zustände, eine Analyse anzubieten. Wir sind der Meinung, dass wir als ÖDP ein Privileg haben. Wir agieren aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Wir sind keine Ränder zu zurechnen. Und wir agieren aus der Opposition heraus. Das macht es uns einfach, Kritik zu üben und zu analysieren. Und zwar in jede Richtung. Auch in die Mitte der Gesellschaft hinein. Denn auch dort müssen wir nach Ursachen suchen. Und mit der Mitte der Gesellschaft schließe ich auch diejenigen ein, das ist jetzt politisch gedacht Mitte der Gesellschaft, diejenigen, die uns regieren, diejenigen, die Eliten angehören. Wir können aus der Mitte heraus sie kritisieren und hoffen somit eine wesentliche Stimme in diesem Staat sein. Begrüße Sie mit mir Prof. Dr. Mausfeld. Ich wünsche Ihnen einen angeregten Abend, eine spannende Diskussion und viele neue und gute Gedanken. Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Danke Ihnen für Ihr Interesse, den freundlichen Empfang. Und bedanke mich auch bei der ÖDP für die Einladung hier nach München. Worum geht es heute Abend? Demokratie am Abgrund. Es geht offensichtlich um Demokratie und Abgrund. Demokratie ist etwas, was uns vertraut ist, auch wenn eigenartigerweise die die meisten nicht wissen, was eigentlich damit gemeint ist und aus welchen Gründen eigentlich die Demokratie seinerzeit erfunden wurde. Abgrund in unserem Zusammenhang ist etwas einfacher. Abgrund bedeutet hier zivilisatorischer Abgrund, also Abbau von zivilisatorischen Errungenschaften, ein Rückschritt, ein Rückschritt in die Barbarei und in eine Herrschaft des Stärkeren. Das könnte in modernen Formen durchaus unsere Gegenwart charakterisieren. Denn die Welt ist wieder einmal aus den Fugen. Das Bedrückende, Beunruhigende ist, dass ein Großteil der Bevölkerung gar nicht mitbekommt, dass die Welt aus den Fugen ist und dadurch auch nicht sonderlich beunruhigt ist. Und wenn alle mitbekämen, was los ist, könnten sie durch Wahlen nichts daran ändern. Das klingt vielleicht schockierend, ist aber nicht mehr als die alte, eine frühe Einsicht emanzipatorischer Bewegungen, die sich in dem Satz kristallisiert. Wenn Wahlen etwas ändern könnten, wären sie längst verboten. Egal, ob sie diesen Satz jetzt der feministischen Anarchistin Emma Goldman zuschreiben oder Tucholsky, die das wohl erstmals in dieser Formulierung gesagt haben. Wenn das so ist, haben wir eigentlich allen Grund zur Hoffnungslosigkeit. Dagegen steht freilich, dass wir dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit verwandeln müssen in eine emanzipatorische Veränderungsenergie. Und wir müssen es nicht nur verwandeln, wir können es auch darin verwandeln. Das ist sozusagen die Kurzzusammenfassung dessen, worum es heute Abend geht. Nun hätten Sie es wahrscheinlich gerne etwas detaillierter. Fangen wir also an mit dem Wort Demokratie und mit der Demokratie. Hans Kielsen war einer der bedeutendsten Verfassungsrechtler des vergangenen Jahrhunderts und er nannte Demokratie als das missbrauchteste Wort der politischen Ideengeschichte. Das kann natürlich nur kollektiv und gemeinsam und in kleinen Schritten passieren. Wie kann man wieder kollektiv einen Außenstandpunkt zu diesem hermetisch abgeschlossenen ideologischen Gewölbe finden? Ich will Ihnen ein paar Stichworte nur, nur damit man überhaupt eine Richtung hat, was geschehen muss. Wir müssen überhaupt wieder Ziele von einer gerechten, wohlgeordneten Gesellschaft formulieren. Alle frühen Zivilisationen, das ist erstaunlich, ob Mesopotamien, ob China, ob Indien, alle frühen Zivilisationen hatten kollektive Vorstellungen, was ist eine wohlgeordnete Gesellschaft. Und die waren auch im Kern immer gleich, dadurch, dass man das Gegenteil formulierte, die Dystopie. Eine nicht wohlgeordnete Gesellschaft ist eine Gesellschaft, wo das Recht des Stärkeren gilt. Oder wie man das früher in Ägypten-Mesopotamien formulierte, eine Gesellschaft ist nur gerecht, wenn der Schutz der Schwachen vor den Starken gewährleistet ist. Das heißt, wir finden eigentlich, fanden in früheren Zivilisationen Vorstellungen von einer gerechten, wohlgeordneten Gesellschaft, diese Vorstellungen sind uns heute verloren gegangen. Wir müssen also überhaupt erst mal wieder Ziele formulieren. Denn Sie wissen, wer das Ziel nicht kennt, kann sich ja auch im Weg nicht irren. Wir brauchen wieder eine Idee von Gemeinschaft. Der Neoliberalismus hat ja die Idee von Gemeinschaft zerstört. Es gibt nicht so etwas, sagte Thatcher, wie Gemeinschaft. Es gibt nur in Konkurrenz stehende atomisierte Einzelne. So ist die Gesellschaft heute geworden. Wir sind eine Ansammlung sozial atomisierter Einzelner. Es gibt die Idee eines kollektiven Handlungssubjekts, wie es Anfang des letzten Jahrhunderts die Arbeiterbewegung noch hatte, durch Gewerkschaften, durch Parteien. Die hatten eine kollektive Identität als ein kollektives Handlungssubjekt. Die Idee ist verloren gegangen. Und wir müssen natürlich, das sind die vielen Beispiele, die wir hatten, das kollektive Gedächtnis endlich wiedergewinnen. Und ein wichtiger Punkt, wir müssen Erfolg und Misserfolg unserer eigenen emanzipatorischen Bewegung analysieren. Warum sind welche Bewegungen eigentlich gescheitert? Und wo hatten sie vielleicht kleinere Erfolge? Woran lag das? Wie waren sie beschaffen? Wodurch konnten sie zersetzt und gespalten werden? Denn Fakt ist, dass die Protestbewegungen, emanzipatorischen Bewegungen der letzten 30 Jahre, mindestens der letzten 30 Jahre politisch, de facto weitgehend wirkungslos geblieben sind. Selbst die weltumspannende Occupy-Bewegung, die so anfangs so vielversprechend war, konnte, als sie zu gefährlich wurde, in ganz, ganz kurzer Zeit zersetzt und gespalten werden. Das müssen wir analysieren. Wir müssen strategische Betrachtungen machen, um das zu verstehen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Denn das Problem ist, dass die Mächtigen, die die Ideologie produzieren, die haben, das sehen Sie an dem Eliteninszenierungstreffen in Davos, die haben ein kollektives Gefühl, die haben Ziele, die haben ganz klare, definierte, kollektive Ziele, mehr Macht und mehr Geld. Das heißt, wer die Kapitalmacht hat, Thinktanks zu betreiben und NGOs und Stiftungen und so weiter und so weiter, auch Deutschland ist voll mit solchen Stiftungen, werden sogar von der Bundesregierung finanziert, wer die Macht hat, der kann sich, die Machteliten können sich Geist kaufen, die brauchen keinen eigenen Geist, die brauchen keine eigenen Mühen um ein kollektives Gedächtnis, die kriegen ihr eigenes kollektives Gedächtnis aus Thinktanks präsentiert, die kriegen ihre eigenen Strategien aus Thinktanks präsentiert. All das haben wir nicht. Das heißt, wir haben einen gewaltigen strategischen Nachteil, bei dem, wenn wir emanzipatorische Kämpfe organisieren wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.